So, ein neues, sehr, sehr spannendes Video ist online gekommen von dem lieben Torben Platzer. Und zwar, ich habe manipulierte Sportwettenergebnisse im Darknet gekauft. Gab es ja früher sehr, sehr oft, mittlerweile nicht mehr so oft, weil das natürlich irgendwo herausgekommen ist. Und es ist riskant geworden. Deswegen bin ich aber umso gespannter. Ich würde sagen, wir springen ins Video. Die Seite finde ich besonders spannend, denn die verkauft keine Fixed Matches direkt, sondern ist eher sowas wie ein Trustpilot im Darknet. Okay, Leute, wir haben jetzt echt gerade eine Mail bekommen mit einem Spielergebnis von einem Game, was erst in vier Stunden überhaupt stattfindet. Und ja, wer dahinter steckt, ist dann im Prinzip natürlich auch die Wettmacht. Ich bin gespannt. Ich habe die Ergebnisse manipulierter Spiele, sogenannte Fixed Matches, im Darknet gekauft. Und eigentlich fing dieses Selbstexperiment extrem harmlos an. Dann ging es auf einmal um die Sportmafia, absurde Methoden, mit denen Multimillionen verdient werden. Und ich musste auch einige Gespräche führen. Einen kleinen Auszug hört ihr gleich. Ich würde sagen, ihr schaut jetzt einfach mal selbst, wie lukrativ dieses Geschäft mit den manipulierten Spielen wirklich ist. Doppelter Espresso. Heilige Scheiße. Ich habe mir nie vorgestellt, wie riesig das ist. Aber krank. So und go. Im heutigen Video, welches vielleicht sogar das Endspurt-Video für die 200.000 Abonnenten ist. Und das ist komplett crazy. Mittlerweile, wir gucken uns ein bisschen später. Hat er es schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Sei dir gegönnt. Crazy, was ihr gerade für einen Support raushaut. Machen wir nochmal ein Giveaway mit neuen Airpods. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal abonnieren. Gleichzeitig auch noch Abonnent von unserem Podcast-Kanal sein und einen Kommentar zu schreiben. Sollten wir dann echt nächste Woche den Meilenstein erreicht haben, dann gibt es das ganz große Gewinnspiel mit unter anderem dem iPhone 14, wie im Community-Tab angekündigt. Doch jetzt zum Thema. Manipulierte Spiele im Sport sind ja kein Mythos. Der berühmteste Fall in Deutschland ist sicherlich der des Schiedsrichters Robert Heuzer, der 2005 aufflog. Der hatte sich mit dem berüchtigten kroatischen Wettpartner eingelassen und für den sozusagen viele Spiele manipuliert. Unter anderem durch fragwürdige Elfmeter-Entscheidungen, Platzverweise und vieles mehr. In der Basketball-Liga... Das ist halt einfach so gottlos. Aber gut, was Leute hat das für Geld machen. ...NBA war es Tim Donathey. Der Schiedsrichter gestand 2007 über Jahre hinweg selbst auf die Spiele, die er leitete, gewettet zu haben. Und zudem dann auch noch die Insider-Information an die Wett-Mafia vertickt zu haben. Heuzer bekam eine Freiheitsstrafe von 205 Monaten. Donathey musste für 15 Monate ins Gefängnis. Beider erhielt natürlich eine lebenslange Sperre als Schiedsrichter. Seitdem gibt es aber auch verschiedene Instanzen, wie zum Beispiel Sportradar, mit denen auch der DFB zusammenarbeitet. Ein Unternehmen, das potenzielle Spielmanipulationen mithilfe einer Reihe von Technologien überwacht und sozusagen verdächtige Wettmuster identifiziert. In dem Fall kann dann zum Beispiel der Buchmacher die Wette einfach rausnehmen. Trotzdem wurden 2021 900 Spiele als verdächtig eingestuft. Insgesamt spricht man nämlich hier von einer Summe von bis zu 165 Millionen Euro. Kranken am stärksten betroffen sind Fußballspiele im Amateurbereich, weil man die Spieler und die Schiedsrichter einfach für wenig Geld schmieren kann aufgrund der niedrigen Gehälter. Ich gehe jetzt mal rüber an den Rechner, schaue mal im Darknet, ob es da wirklich solche Insider-Informationen zu kaufen gibt. Wenn ja, wie teuer die sind und vor allem wie valide. Ja, wir sind noch relativ schnell fündig geworden, was schon ein bisschen erschreckend ist, weil durch diese ganzen Darknet-Videos hat man irgendwann den Dreh raus, wie man hier nach Dingen zu suchen hat. Die Seite finde ich besonders spannend. Das ist irgendwie voll weird. Aber Darknet ist ja alles ein bisschen anders da, als das normale Web. Da musst du über gefühlt Foren suchen und was weiß ich. Also ich war jetzt noch nicht so asozial viel im Darknet, aber das weiß man dann. Denn die verkauft keine Fixed-Matches direkt, sondern ist eher sowas wie ein Trust-Pilot im Darknet. Für 25 Dollar wird dir hier anscheinend angezeigt, welche Anbieter Scam sind und welche legit. Bevor ich jetzt hier zugeschlagen habe und wir da allerdings noch tiefer reingehen, hatte ich gerade noch den Martin gefragt, ob das überhaupt echt sein könnte. Und das hier ist seine Antwort. Ich kann es dir echt nicht genau sagen. Also ich würde sagen 50-50. Heutzutage ist es auf jeden Fall schwieriger geworden. Ich weiß aber, dass damals zu meiner Zeit gab es in der Szene viele Leute, die Sportbetten, also Fixed-Matches verkauft haben. Und da war wirklich viel auch real. Das hat aber so ein bisschen aufgehört nach diesem ganzen Sportbetten-Skandal. Deswegen, ich kann es hier echt nicht genau sagen. Kann aber gut sein, dass es auch heute noch vor allem in ausländischen Klein-Ligen Leute gibt, die da Fixed-Matches anbieten und die auch legit sind. Ja, und deshalb haben wir jetzt gerade auch gekauft und die zwei Seiten sollen echte Fixed-Matches anbieten. Die erste Seite zeigt dir an, wann die nächsten Spiele stattfinden und mit welcher Success-Rate die Wetten aufgehen würde. Mannschaftsergebnis kostet 65 Dollar und dahinter siehst du dann auch jeweils die zu erwartenden Quoten. Ein korrekter Spielstand kostet 200 und bezahlt wird mit einem Klick via Bitcoin, was wir natürlich gemacht haben. Fun Fact, hier ist auch so ein kleiner Werbebanner, dass wenn du auf einer anderen Seite schon mal gescampt wurdest, du ein Special Offer kriegst. Und es gibt sogar eine Refund-Policy. Aber ob die jetzt im Darknet so viel Wert hat... Das ist so gut. Diese ganzen Vertrauenssachen im Darknet. Schwierig. Ich weiß ja nicht. Auf der zweiten Seite gibt es neben den Einzel-Matches dann sogar verschiedene Abo-Modelle und Match-Packages. Für 1490 Dollar kriegst du mindestens 26 manipulierte Spiele mit einer 4,8 bis 10er Plus-Quote. Ich würde sagen, da kaufen wir jetzt auch nochmal ein Einzelspiel und schauen, ob sich die Abo-Falle wirklich lohnt. Alter, das ist schon krank. Aber ich finde so Dinge einfach sau interessant. Heilige Scheiße. Okay Leute, wir haben jetzt echt gerade eine Mail bekommen mit einem Spielergebnis von einem Game, was erst in 4 Stunden überhaupt stattfindet. Das Ganze ist Irland First Division. Longford vs. Galloway. Longford soll angeblich gewinnen und das zu 98%. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum eigentlich 98% und nicht 100%, wenn das Ganze doch manipuliert sein soll. Das Ding ist, ich bin da auf ein Video gestoßen von Black Panther. An der Stelle grüße gehen raus. Sehr cooles Interview. Der hat einen Oberligaspieler dort sitzen, natürlich komplett vermummt. Und der berichtet von einem Game, wo er sich hat für bezahlen lassen, um extra zu verlieren und sagt, ey, wir haben das Spiel trotzdem fast gewonnen, weil die Gegner sich so dumm angestellt haben. Ich kann mir also vorstellen, dass... Das ist ja so eine bodenlose Aussage. Diese 2% vielleicht daraus resultieren, dass man manchmal, obwohl es manipuliert ist, gar nicht gewinnen kann. Sowas wie auf eine rote Karte zu setzen und der Schiedsrichter zeigt die dann, ist natürlich leichter als zum Beispiel ein komplettes Spielergebnis. Außerdem hat mir ein Follower bei Instagram gezeigt, dass es das Ganze auch im Gearnet gibt. Nämlich beispielsweise bei Facebook. Da ist ein Typ, der heißt einfach... Ich habe den mal angeschrieben mit meinem privaten Account und meinte, ey, kann man die bei dir kaufen? Der hat auch irgendwie gar keine Heal draus gemacht, von wem kommst du oder irgendwas. Er hat sofort rausgehauen und meinte, ey, zwei Wochen lang Fixed Matches, fast täglich. Welche kosten 500 US-Dollar und wenn du einen ganzen Monat zahlst, kriegst du vielleicht noch einen kleinen Rabatt. Ich muss aber sagen, die Art und Weise, ihr könnt den Chat selber mal angucken, wie... Es gibt einen Monat und zwei Wochen, eine Person muss 500 Euro zahlen. Ich habe euch Angebote gesagt. Das ist auf jeden Fall irgendein übersetzter Account. Äh, wenn ich das mir so durchlese. Scam. Jeder mit mir geschrieben hat, ey, Bro, überweis mal bei Skrill und so. Wir bezahlen das selber bei Skrill. Ey, wirkt überhaupt nicht so wie ein Insider. Dann haben wir noch eine Telegram-Gruppe gefunden. Die hat sogar Darknet im Teasel. Auch die finde ich ehrlich gesagt sehr suspicious. Ich habe den Admin mal angeschrieben. Es hat drei Sekunden gedauert. Dann war der da und meinte, jip, bei uns läuft das so. Du zahlst jetzt 100 US-Dollar. Und jetzt passt auf. Und wenn ihr dann richtig liegt, also wenn das Ganze aufgeht, das geht zu 100% auf, meinte er. Der hat noch nie daneben gelegen. Das ist ein Typ, der ist ganz nah dran und so weiter. Dann zahlt man nochmal 400. Also auch da will der Typ im Endeffekt 500 US-Dollar. Nur du zahlst erst die 100 und wenn es dann klappt, die anderen 400. Ich frage mich... WTF? Damit, falls es nicht klappen sollte, er trotzdem 100 Euro schnapp gemacht hat. Okay, mal angenommen. Ich mache das jetzt. Was passiert denn, wenn ich die 400 nicht zahle? Naja, nichtsdestotrotz gekauft haben wir es. Jetzt haben wir das erste Darknet-Ergebnis. Ich muss aber ehrlich sagen, dass diese Clearnet-Geschichten mir auf jeden Fall super fishy vorkommen. Und ich habe einfach mal gegoogelt. Wenn man nach Fixed Matches sucht und jetzt passt auf, dann gibt es 236 Millionen Ergebnisse. Also vielleicht sind das auch einfach Leute, die sagen, okay, so viel Interesse, so viele Menschen, die irgendwie die schnellen Euro riechen oder den schnellen Bitcoin. Wir bauen einfach ein eigenes Scam-Modell. Und wer will sich am Ende beschweren, wenn wir manipulierte Spielergebnisse verkaufen? Das ist das Problem. Deswegen, wenn du einen Dieb bestehlst, was soll der denn machen? Der kann doch nicht einfach sagen, hey, Polizei, helf mir, bitte. Klau mal jemanden die Tasche, die er selber auch gestohlen hat. Was soll der tun? Hoffen, jemand darauf wettet, was strafbar ist und die da nicht aufgeht. Naja, ich werde jetzt jemanden fragen, der sich damit auf jeden Fall auskennt. Er macht seit 15 Jahren nichts anderes außer Sportbetten. Er ist raus aus Deutschland, weil er sagt, Tipico und Co. haben ihn gesperrt, weil er zu viel gewonnen hat. Und er hat wohl ein paar Geschichten im Gepäck, wo er sagt, da war ich richtig in Lebensgefahr teilweise, weil in bestimmten Regionen das nicht gern gesehen wird, wenn man zu viel gewinnt. Ich würde sagen, wir springen in den Zoom-Call. Er ist selber Millionär geworden durch Sportbetten. Und schau mal, ob man es ein bisschen aufklären kann, ob wir uns da vielleicht selber irgendwie gerade in Gefahr begehen. Ja, also Fixed Matches, ob es manipulierte Spiele gibt, steht, glaube ich, außer Frage. Also das hast du bei allen Sportlern, das hast du beim Fußball. Meistens hast du sie in den Rand liegen, die nicht so auf dem Radar sind, weil es ist wesentlich einfacher, sage ich mal, einen einzelnen Spieler zu schmieren als ein gesamtes Team. Okay, bist du da selber von betroffen? Also hast du zum Beispiel auf diese Spiele gewettet und hast sozusagen wegen dieser Manipulation Geld verloren? Ich habe auf diese Spiele nicht gewettet, aber ich verfolge das täglich. Also ich schaue mir täglich Statistiken, Interviews, bin auch deshalb in die Länder gereist, damit ich, sage ich mal, die Sprachen Spanisch, Englisch, Russisch, Deutsch spreche. Safe und jetzt chillt er in Malta oder so, irgendwo in Malta. Und um mir die Interviews anzuschauen und das bekommt man natürlich mit. Also ich schaue mir die Statistiken, ich schaue mir auch viele Spiele an und das bekommt man einfach mit. Was passiert dann eigentlich, wenn man jetzt Sportbetten, sage ich mal, auch so beruflich macht, vielleicht nicht nur irgendwie mal so einen kleinen Typikoschein oder so, sondern man lebt wirklich davon und man verliert jetzt durch so eine Manipulation Geld. Hat man dann die Möglichkeit, das eigentlich irgendwie wiederzukriegen oder hat man einfach Pech gehabt? Also oftmals weiß man es ja auch gar nicht. Das ist genau dasselbe jetzt wie beispielsweise mit Karatzel von sowas. Es wird halt behauptet, dass er geschmiert wurde, wegen Geldproblemen viele seiner Spieler verkauft hat. Aber es ist halt auch nur eine Spekulation. Keiner gibt es zu. Keiner sagt, also im Endeffekt weiß man es nicht und dementsprechend sollte der Wettanbieter auch nicht dein Geld zurückgeben. Wenn es jetzt solche wirklich, sage ich mal, manipulierten Spiele gibt, passiert das Ganze mehr offline oder online? Viel, viel, viel. Also ich würde schätzen zu 90 Prozent, zu 95 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr offline. Weil erst mal bist du mit deinem Namen und so überall registriert, sobald du online irgendwo reingehst und die Programme vom Risikomanagement der Wettanbieter, die erfassen das. Die erfassen diese Quotensprünge oder was passiert da gerade. Da werden gerade diese Gesummen. Das ist klar. Ja, okay. Okay, macht schon Sinn. Ja, es ist halt alles nachverfolgbar online. Das ist ein guter Punkt. Auf einen bestimmten Spieler innerhalb von kurzer Zeit gesetzt oder, oder, oder. Und dann mache ich teilweise auch dich. Das hast du aber beispielsweise. Ich habe etliche Story schon gehört. Auch Berichte im Internet kann man auch ebenfalls etliche Berichte finden. Dass in Asien beispielsweise, du kannst nach Asien fliegen, du kannst dir einen Agenten suchen. Das Ganze läuft natürlich offline ab. Aber der kennt Spieler oder beziehungsweise der kann sich Informationen beschaffen und der sagt dir dann, was genau du tippen sollst. Beispielsweise der Tennisspieler soll den Punkt in dem und dem Satz verlieren oder er soll den Satz verlieren. Der muss ja noch nicht mal sein Spiel verlieren. Der muss ja einfach nur bestimmten Punkt im Satz verlieren und dann fällt das noch nicht mal ganz so auf. Jetzt habe ich dir erzählt, dass wir ja im Darknet unterwegs sind. Und wir haben da so ein paar Anbieter gefunden, die sind angeblich trusted. Wir haben auch schon das erste Ergebnis bekommen. Das Spiel ist jetzt irgendwie in drei Stunden oder so. Was glaubst du, können diese Ergebnisse, diese Fixed Matches wahr sein? Kann das wirklich sein, dass da manipulierte Spiele verkauft werden für ein paar hundert Dollar? Oder kannst du dir das nicht vorstellen? Und falls ja, was mich einfach interessieren würde, wer würde dann dahinter stecken? Also im Darknet bin ich jetzt persönlich nicht so unterwegs. Habe ich nicht so die Erfahrung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Darknet so was möglich ist. Also im Darknet hast du ja quasi alles, so wie ich bisher lang gehört habe. Und ja, also auf Social Media und sowas kann ich es mir eher nicht so vorstellen, weil ja, man würde nicht die Gefahr eingehen, wenn man wirklich solche Informationen hat, sich auf Social Media irgendwie zu bewegen und dann irgendwie die Gefahr eingehen, erwischt zu werden oder sonst was. Dann würde man das... Generell die ganzen Sachen im Clearweb, die sind viel zu offensichtlich. Also das ist, ja, das ist wohnlos. Also ich bezweifle, dass wenn man wirklich so ein Ergebnis haben will, was auch stimmen kann, dann nur über das Darknet. Also wer über das Clearnet denkt, der kauft sich da in irgendwas ein, einfach Scam. Das in einem ganz kleinen Kreis oder für sich selber behalten, man würde das vier, fünf Mal im Jahr anspielen, würde sich eine goldene Nase verdienen und sich ein schönes Leben machen. So sehe ich das. Also so ist mein Verständnis dafür. Und ja, wer dahinter steckt, ist dann im Prinzip natürlich auch die Wettmafia, so wie man es immer wieder in den Berichten auch hört. Auch im Fernsehen, auch in Videos und überall. Also Wettmafia gibt es halt. Das ist Fakt. Hast du selber schon mal irgendwie Berührung damit gehabt, dass du gesagt hast, okay, ey, ich bin einfach jemand, sage ich mal, der wettet so und ich habe aber schon mal so am Rand auch mitbekommen, dass das ein echt gefährliches Business sein kann? Definitiv, ja. Also natürlich ist das gefährlich. Und deswegen möchte ich mich in diesem... Vor allem, sobald du damit ja drinsteckst, bist du eine potenzielle Gefahr. Weil du kannst natürlich deine Insider-Informationen, die du, wo du dich eingekauft hast, die kannst du ja theoretisch an die Polizei weitergeben. Und dadurch stehst du halt auch echt auf der Abschlussliste. Diesen Bereich auch gar nicht aufhalten. Bei uns, bei mir beruht das natürlich alles auf meinen Erfahrungen, auf Analysen, die ich seit 15 Jahren täglich mache. Wie gesagt, ich schaue mir täglich in Statistiken, Events, alles Mögliche an. Habe aber auch schon Storys gehört, ja, von Leuten, die halt, bei denen es halt in die Hose gegangen ist oder so. Kommen wir also zum Fazit. Telegram, wir haben 100 Dollar in Bitcoin bezahlt und der Chat mit dem Admin wurde daraufhin gelöscht. Oh, er wurde gescammt. ...wurden aus der Gruppe geworfen und können auch nicht mehr beitreten. Bei Facebook habe ich dann gar nicht erst gekauft... Von, du kannst einfach nichts machen. 400 Euro sind einfach dann weg. ...gekauft, weil wir herausgefunden haben, dass dahinter ein relativ simples, betrügerisches System steckt. Stell dir mal vor, die Leute haben in ihrer Gruppe 50, 100 Leute, die sich für Fixed Matches interessieren. Jetzt nehmen wir mal ein Fußballspiel von zwei ungefähr gleich starken Mannschaften und man nimmt halt alle Ergebnisse, die irgendwie eintreffen könnten. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2 und so weiter. Du gibst jeder dieser Gruppen ein anderes Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon am Ende stimmt, ist ja relativ hoch. Die Leute benutzt du dann als Testimonial, postest die Chatverläufe, cashst die ein zweites Mal ab und alle anderen werden einfach gekickt. Jetzt zu den Darknet-Anbietern. Wir sollten erstmal in einer Paraguay-Division auf 12 de Oct. vs. Club Sportivo Ameliano setzen. Es sollte so manipuliert sein, dass es in der Halbzeit unentschieden ist und das Endergebnis auch unentschieden. Allerdings war der Score am Ende dann 4, 0 für 12 de Oct. Das andere Spiel war Longford vs. Galloway, die 2-2 gespielt haben und wir sollten auf Sieg Longford werden. Trotzdem haben wir dann nochmal 65 und 90 Dollar ausgegeben auf beiden Seiten, weil wir einfach dachten, okay, zwei Games reichen ja nicht aus, um unseren Verdacht zu bestätigen, dass auch das kompletter Scam ist. Und jetzt kommt's. Bei beiden Seiten haben wir nicht einmal mehr Wettergebnisse bekommen für den zweiten Kauf. Ich habe dann noch bei Instagram mit Jan aka Quotenwilli kurz gechattet und wollte einfach nur wissen, ist das jetzt alles Scam, gibt es das irgendwie gar nicht mehr. Und er hat mir zum Beispiel ein Spiel geschickt, wo jemand die Info hatte, dass eine Jugendmannschaft beziehungsweise die B-Mannschaft spielt und so konnte man dann relativ gute Quoten absagen. Bei diesem Spiel hier zum Beispiel, was ihr seht von Tobol vs. Karagandhi, ist die Quote von 1,75 auf 1,08 runtergegangen. Dieser extreme Drop, sagt er, ist schon ein harter Indikator dafür, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Okay, das ist krank. WTF, die setzen einfach jetzt auf irgendwelche kleinen Fuddle Games und fahren damit dicke Gewinne. Heilige Muttergott, das ist so krass. Wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, dann hat Tobol die Punkte wohl gebraucht, um den Meisterschaftskampf zu gewinnen, hat dafür aber dann das Pokalspiel verloren gegen Karagandhi. Das heißt, im Endeffekt haben die wahrscheinlich so ihre Wins und Losses hin und her geschoben. Wenn du das jetzt allerdings siehst und analysierst, dann bringt dir das nichts mehr, weil die Quote ist halt runter auf 1,08. Rendite ist viel zu gering. Weshalb man halt unbedingt, wenn man damit wirklich Geld machen will, die Infos extrem früh braucht. Was ehrlicherweise ohne Kontakte komplett aussichtslos ist. Deshalb ist unser Resümee, spart euer Geld, im Internet sind diese angeblichen Fixed Matches, alle Scams. Und es macht auch Sinn, wenn man sich einfach mal überlegt, hätte man echt diese Infos, könnte man viel mehr Geld damit machen, indem man sich Geld leiht oder einen Kredit aufnimmt und einfach drauf wettet, anstatt für 50, 100 Euro diese Ergebnisse an andere zu verkaufen, was natürlich die Wahrscheinlichkeit enorm erhöht, dass es gebastet wird und am Ende des Tages man gar nicht wetten kann. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne... Sau starkes Video. Sehr geil. Ich hätte ein paar andere Ergebnisse erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es echt gefeiert. Hätte es geklappt. Das wäre schon gut gewesen, sage ich euch so, wie es ist. Ähm, trotzdem sehr geiles Video. Check gerne Tom Platzer aus. Einfach wild. Bis bald. Untertitelung. BR 2018